Bei Munkrünn, bei Munkrünn, hei Tukon künn bei Khangboni, naka, Raoja Dei Peifang Pata Mathesanakan, leo go, Tawaii Ton Papa, naka, leo go, Koi Lungma, Dance, naka. So, an dieser Stelle nochmal der organisatorische Hinweis. Bleiben Sie auf jeden Fall noch unsere Gäste gegen voraussichtlich 13.30 Uhr. Wird oben nochmal eine Predigt stattfinden. Und im Anschluss werden wir dann die gemeinsamen Spendenbäume übergeben. Das heißt, da möchten wir Sie, meine Damen und Herren, auch gerne herzlich zu einladen. Holen Sie sich gerne den Segen der Mönche ab. Und der Nachmittag bleibt bunt, laut und lustig. Es wird nachher auch noch ein bisschen getanzt. Das heißt, wenn Sie das, was Sie heute gegessen haben, direkt verbrennen wollen und sich ein bisschen bewegen wollen, gegen den frischen Wind, bleiben Sie auf jeden Fall noch hier und seien Sie sehr gerne unsere Gäste. Das heißt, diejenigen von Ihnen, die vielleicht nicht auf dem Fußboden sitzen können, können auch gerne auf den zahlreichen Stühlen Platz nehmen. Also, als nächstes bitten wir Frau Narissa auf die Bühne, die Ihnen eine Taitans-Darstellung zeigen wird, bei der es darum geht, dass die Götter Ihnen allen hier heute einmal Schutz und Segen bringen sollen. Vielen Dank. Das war's. 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 Das war's.